Die Initiative ist brandgefährlich, weil sie genau ein Ziel hat. Sie möchte, dass die Schweiz die Europäische Menschenrechtskonvention aufkündigt. Aber die Menschenrechtskonvention ist die letzte Versicherung gegen staatliche Willkür für uns in der Schweiz, aber auch für hunderte Millionen Menschen in Europa, für die es ein fatales Zeichen wäre, wenn wir aussteigen würden.